MOR, 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 West-Berlin, MOR, MOR, West-Berlin, das ist richtig, Chaka. Nicht nur in Holland gibt es Chaka, aber auch in West-Berlin. Acht Männer mit einer Frau, die machen Musik und die haben jetzt sich entschlossen, eine richtige Schallplatte zu machen. Und die haben schon Kassettendecks gemacht. Und die sind ja so erfolgreich, dass jetzt die großen Schallplattenunternehmen gefragt haben, dürfen wir diese Schallplatte also richtig ausgeben. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt hören Sie dasjenige, was Sie erweitert haben. Und Sie bekommen ein gutes Gefühl, denn das heißt Neurolinguistisches Programmieren. Das ist das Gefühl von Chaka. Natürlich, ich bin der bekloppte Holländer, aber diese acht Männer und diese junge Frau sind auch bekloppt. Und wir wollen nur das gute Gefühl haben, dass diese jungen Leute haben und die bekloppte Holländer haben. Und das ist das Gefühl von Chaka. Also Chaka heißt als etwas anderes als Scheiße. Also die meisten Leute fühlen sich scheiße den ganzen Tag. Morgens fängt es schon wieder an und morgens im Stau fühlen sich scheiße. Und mit dem Chef fühlen sich scheiße und abends bei der Schwiegermutter fühlen sich scheiße. Denn die gucken nach dem Schwiegermutter und die wissen heute, in 20 Jahren wird der Frau ähnlich sein, wie die Schwiegermutter jetzt ist. Und deswegen fühlen sich scheiße. Und was machen die? Die machen nichts. Aber wir haben diese Schallplatte gekauft. Neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, wir fangen an, unsere Träume zu leben. Und wir fangen an, dasjenige zu tun, was notwendig ist. Und das ist, Arnzel Chaka zu fühlen. Also genieße die Schallplatten und bis bald Chaka!